Leute, habt ihr das gesehen? Ich habe eine App, da kann man so rappen, wie beim Motorrad. Ich fahre jetzt so durch die Stadt und gucke einfach, wie die Leute reagieren und mache ein paar Raff-Bombs. So Leute, das letzte Video war Hupen für Blowjobs. Niemand hat behuft. Jetzt, ich hoffe, es rauscht wieder nicht, weil ich nehme wieder über die Kamera aus. Das ist was, Fabio. Das ist was. Das ist die Sprache. Was ist die Sprache? So Leute. Pfandkölner Dom, was ist das mit dem? Soll ich jetzt mal rappen? Okay? Gut und nun, gut und nun. Okay. Soll ich sie jetzt? F**k, die App hat sich geschlossen Nimmst du noch auf? Oh Gott, scheiße Oh Gott, die gucken schon alle Oh Gott, die gucken schon alle Dann würde ich sagen, fahre ich jetzt mal durch den Ding Ich habe mir den Schritt irgendwie besser vorgestellt Ich dachte, es sind viele Menschen da Die sich ähm, erschrecken Oh ne, war wohl nicht so Schade Oh F**k So Leute Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch zu diesem Ort Wo ich damals schon mein Video beendet habe Ja 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 Das war's mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Ja Ich wollte hier noch lang zutzeln für das Outro Aber Ich hoffe, es hat euch gefallen Schaut beim nächsten Mal nochmal rein Danke für den heftigen Support in der letzten Zeit Danke für den heftigen Support in der letzten Zeit Ja Muss sein, wenn ich dabei bin Und Ciao Kuss Bis zum nächsten Mal